Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mind & Magic Teil 9. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir sind vor dieser, ich nenne es mal Schleuse. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine Schleuse ist, aber es sieht danach aus. Und da wollen wir jetzt mal probieren, was passiert, wenn ich da drauf drücke. Wow, 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 wow. Ich hoffe mal. Ja. Hey, hey. Ja, ihr macht aber gerade heftigen Schaden. Probieren wir mal mit den Funken. Ja, wir haben auf jeden Fall einiges getroffen. Du sollst dich vielleicht, oh, ich hätte auch mal vielleicht den Segnen machen können. Was ist denn das? Auf Segen erhöht sich die Treffsicherheit eines Spielcharakters. Ein Fluch von einem gleichnamigen Zauberer wird durch Segnung normalerweise neutralisiert. Zielgruppe hält 9 Minuten an. Das machen wir jetzt mal rein. Dadurch treffen wir besser. Und das ist doch schon mal gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Und danach gehen wir aufs Heilung. Oh ja, danach sollten wir definitiv heilen. Ei, 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 ei. Okay, aber immerhin ein Hammer. Du machst nochmal den Funken. Und du heilst am besten dich selbst, bevor du auch noch umkippst. Ja, das sieht im Moment echt nicht gut aus. Das sieht im Moment echt nicht gut aus. Nein, überhaupt nicht. So, heilen auf dich, bitte. Okay, da waren es nur noch zwei. Ui, ei, 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 ei. Das wird auf jeden Fall eine knappe Sache werden. Und schlag nicht immer daneben. Ich schaffe sie alle. Es ist noch einer. Okay, wir haben es. Boah, ho, 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 ho. Ui, 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 das war eine knappe Sache, hey. Ein Speer. Hammer und nochmal ein Speer. Müssen wir mal schauen, ob da was dabei ist. So, und dann, wir sind auf grün, hätte ich gesagt. Mal kurz rasten. Ach, du Schande, hey. Rasten wir viel. Speichern. Ah, das ist wahrscheinlich wieder für das Ding hier, um da reinzukommen. Oh. Weitere Gegner. Weitere Goblins. Aber nur noch ganz normale hier. Wie sieht es denn aus? Was haben wir denn hier eigentlich alles? Großer Raum und hier noch, ja, kleinere Räume, alles klar. Ob es da auch noch Portale oder irgend sowas gibt? Ich habe keine Ahnung. Ja, da gibt es nochmal Portale, die wir zumachen müssen. Zumindest hier gibt es noch einen und auf der anderen Seite gibt es dann wahrscheinlich den anderen. Na hopp, gehe schon aus. Ja, jetzt geht's aus. Ist irgendwie immer schwierig. Also, das wäre in den anderen Spielen auch zum Looten gewesen. Da hätte man wenigstens ein paar Waffen mitnehmen können, die hier herumliegen. Ja, das ist echt schade gemacht hier an dem Spiel, dass das nicht geht. Okay. Dann, ähm, ja, das Segen, der bringt erstmal nichts. Habe ich gerade wieder eine Falle ausgelöst? Ich weiß es gar nicht. Äh, da hinten ist auch nochmal irgendetwas. Ah, das ist nur wieder ein Ausgang. Das ist ein Ausgang, okay. So. Ist eigentlich noch irgendwas anderes kaputt gegangen mittlerweile? Nee, das ist alles, das sieht alles gut aus. Ich glaube, das Wundenheilen ist kaputt gegangen. Ich kann nicht. Okay, das müssen wir auch nochmal reparieren. Äh, die Heilbarkeit ist wieder kaputt. Ich kann nicht. Wollte ich sowieso nicht. Die hast du doch schon mal repariert, also. Wollte ich sowieso. Ich weiß nicht. Wollt. Wollt. Ich weiß nicht wie. Die hast du schon mal repariert, verdammt nochmal. Ich war. Wollt. Ich kann nicht. Na gut. Dann kriegst du halt, äh. Hm. Wen interessiert. Hm. Kenn ich nicht. Hm. Auf einmal gehen die Sperre und alles mögliche. Dann kriegst du halt so einen Nomadensperr nochmal in die Hand. Das ist irgendwie sehr seltsam, dass manche gehen. Ich weiß nicht, wollte ich. Ich kann nicht. Dass manche gehen und manche nicht gehen und manche Sachen kannst du. Kenn ich nicht. Wen. Wen interessiert's. Identifizieren und manche nicht. Das müssen irgendwelche Würfeldinger im Hintergrund sein. Wen. Kenn ich nicht. Und im Moment haben wir quasi eine 99% Chance, es nicht zu identifizieren oder so. Irgendwie. Äh, Moment. Bei dir noch was kaputt? Nur der Fluchfahrt Tilga. Was so alles kaputt gehen kann hier drin in dem Spiel. Na gut. Gut. Ja. So, das müsste wahrscheinlich das letzte Portal sein. Das war ausmachen müssen. Und es hat Bling gemacht. Sehr schön. Dann schauen wir mal. Da müsste auf jeden Fall was fliegen. Wir haben ein Gegenstand bekommen. Und zwar einen Hammer. Das können wir nichts machen. Damit können wir nichts machen. Okay, sehr schön. Was ist denn das da? Ich schätze mal, das wird ein Gegner sein. Ein Dolchenhammer. Äh, ja. Von unseren Leuten irgendwie. Ähm, ja. Aber was ist das hier? Kann ich das, kann ich da drauf gehen? Kann ich das benutzen? Äh, ich hab keine Ahnung, was das jetzt ist hier. Äh, Moment. Kann man hier mal ganz kurz in unsere Aufgaben gehen? Vereinigt die Glanz, erlegt ihren Drachen, Beuganskram, Säulen. Ihr habt die Koboldportale zerstört. Kehrt Sojal, Bjarni von Sturmfort zurück. Ja, immerhin. Das haben wir erledigt, diese Queste hier. Okay. Okay, also fertig ist er auf jeden Fall mal. Was das hier genau sein soll? Keine Ahnung. Ich denke, das, was da rausgekommen, der Kobold, wo noch noch gewesen ist. Wahrscheinlich der Hauptkobold. Deswegen haben wir nochmal, ähm, Dings gekriegt. Unterstützung gekriegt. Aber gut. Ah, und das ist der Haupteingang. Kann ich die Tür jetzt irgendwie öffnen? Nee. Geht leider nicht. Okay, dann müssen wir von hinten durchgehen. Und dann gehen wir zurück in die Stadt, äh, gehen verkaufen, äh, gehen verkaufen, gehen, äh, Sachen reparieren. Schauen nach, was wir noch alles noch, ob wir noch vielleicht aufsteigen können. Wobei unsere Aufsteige, Dings, wenn wir kein Geld jetzt vom Jalen kriegen, ähm, dürften wir höchstens einen Aufstieg für einen haben. Aber nicht für mehr, was doch ein bisschen, pfff, ja, keine Ahnung ist, nicht so sonderlich prickelnd ist. Okay. Aber schauen wir mal. Vielleicht haben wir das, was wir gefunden haben und verkauft haben, verkaufen können. Vielleicht bringt uns das so viel Geld ein. So. Hoppla. Vielleicht bringt uns das so viel Geld ein, dass wir keine Probleme mehr haben, Sachen... Ah, nee, das war nur das Ding. Äh, Sachen zu, ähm, nochmal aufzusteigen, dass wir genau genug Geld haben für alle. Wobei ich das irgendwie bezweifle. Aber schauen wir einfach mal. So, ihr könntet ruhig ein bisschen schneller laufen. Der Weg ist jetzt nicht unbedingt ganz so, äh, naja, egal. Ich hätte ja gesagt, wir schleichen und es gibt eine Taste zum Rennen, aber wir sind schon auf, äh, Rennen. Ja. Wir bewegen uns definitiv auf jeden Fall nicht schnell. Und sowas wie beim Greyface, äh, Mod, da gab es ja auch so eine Taste, dass man das auf Doppelspeed machen konnte. Gibt es leider hier nicht. Bedauerlicherweise. Sonst wäre der Weg doch ein bisschen schneller gegangen. Okay. So, ich glaube, wir sind gleich da. Sollen wir hier draußen nochmal rasten? Ich glaube, äh, ein Zimmer, dann nehmen wir gar kein Zimmer, dann rasten wir hier draußen nochmal. Oh. Wo kommst denn du her? Ein Kittespiel! Und bringt noch nicht mal Geld ein. Hm, super. Okay, gehen wir hier rein. Sachen verkaufen, Sachen reparieren. Und anschließend beim Jarl vorbeigehen. Ich glaube, hier kann man Sachen verkaufen. So, erstmal schauen, was können wir denn alles verkaufen. Das muss noch identifiziert werden. Also alles, was identifiziert werden muss, geben wir erstmal dir. Den Hammer können wir verkaufen, das können wir verkaufen. Rüstungsgunde, ja, das können wir alles verkaufen hier, was hier ist. Äh, das muss noch repariert werden, aber nicht verkauft werden. Das kümmern wir uns im zweiten Dings dazu. Der Hammerbett kommt weg. Gift würde ich vielleicht mal gerne noch behalten. Den einfachen Speer machen wir weg. Ich weiß nicht wie. Wen, wen Interesse kenne ich nicht, kenne ich nicht, kenne ich, kenne ich nicht. Okay, dann kommt das hier zum Identifizieren. Das ist zum Reparieren noch. Kannst du das hier auch noch reparieren? Ich kann nicht. Okay, dann ist das auch zum Reparieren. Äh, natürliche Rüstung wollen wir behalten. Basiliskenhaut können wir wahrscheinlich verkaufen. Was mit dem Glückskey ist, habe ich noch nicht geschaut. Vergiftung heilen behalten wir auch mal. Den Blitzstein wollen wir, glaube ich, verkaufen. Das hier behalten wir mal. Das behalten wir auch mal. So, dann verkaufen wir erstmal. Äh, badum, badum. Oh. Äh. Da waren noch mehrere Sachen drin. Das ist auch noch nicht identifiziert. Basiliskenhaut, 211. Ja, okay. Das hier hat 963. Sehr schön. Fackel kann weg. Das kann weg. Okay, habe ich gar nicht gesehen, dass da noch so viel mehr Zeug drin war zum Verkaufen. Äh, zum, äh, zum Dingsen. Auge des Zauberers. Das kann weg. Zum Reparieren meine ich natürlich. Das sollte man natürlich erstmal bei ihr probieren. Ob wir das einfach so machen können. Rüstungsgründe haben wir auch schon alle. Fallenentschärfen haben wir schon alle. Armschwert kommt weg. Die zwei Hammer kommen weg. Ja, doch. Das gibt mehr Geld, als ich gedacht habe. Der Blitzstein kommt weg. Die Basiliskenhaut wieder. So. Dann, bitte, das Erwachen machen wir auch mal jemand anderes. Das, kannst du das da noch identifizieren? Das ist Schund. Okay, Eisenring kann verkauft werden. Kannst du die Sachen hier ver... Äh... Ich kann nicht. Ich kann nicht. Okay. Dann sollte jetzt erst einmal das ganze Ding hier repariert werden. Und dann schauen wir mal. So, bitte reparieren. Ich denke, das wird auf jeden Fall schon einiges bringen. So, das war's. Äh, dann schauen wir mal. Also, Lichtmagie. Lichtmagie, Lichtmagie, Lichtmagie. Nee, Lichtmagie kann verkauft werden. Haben wir ja schon. Das kann verkauft werden. Der Fluchvertilger. Der sollte auf jeden Fall behalten. Wollen wir auf jeden Fall behalten. Die Helle Barte. Schauen wir gleich mal, was mit dem ist. Das hier. Das Erz will ich auf jeden Fall mal behalten. Und Wundendings will ich auch mal behalten. So, wie sieht es denn eigentlich aus? 4 bis 19. Ja, das kommt weg. Dann nehmen wir die Helle Barte auf jeden Fall. Und das hier wird verkauft. Wobei, einfacher Sperr, das ist... Ah, nee, das ist ein Sperr. Ja, okay. So, jetzt hast du wieder 8 Dinger. Das ist schon mal gut. So. Dann sind diese Sachen zum Identifizieren. Und dann müssen wir uns mal anschauen, ob da was Gescheites dabei ist oder was wir verkaufen können. So. Das behalten wir alles. Oh. Ich kann nicht. Da ist noch ein magischer Trank, was wir auch noch machen könnten. Kenn ich nicht. Das muss noch gemacht werden. Äh, ich hab vergessen, nach oben zu scrollen. Schriftrolle des Blitzes wollen wir wegmachen. Späbefall wollen wir behalten. Desta kommt mal weg. Desta wollen wir behalten. Wunden halten, Lähmen und Gift wollen wir auch alles mal behalten. So, jetzt passt die Sache aber. Äh, okay. Ich glaub, jetzt passt die Sache. Also. Äh, reparieren bitte. Mit dem magischen Trank bitte. Für ein Gold. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Identifizieren. Das kostet halt leider jetzt doch ein bisschen Geld. Aber. Ja. 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 So, jetzt müssten wir alles identifiziert haben. Jetzt können wir uns mal anschauen, was wir alles verkaufen wollen. Wir haben einen Komplexbogen. 9 bis 19. Äh, Bogen war... tatsächlich unser Dings hier am besten. Ähm, Moment. Und Expertenbogen. Sonst haben wir keinen Bogen hier. Okay. Was hattest du denn hier? 6 bis 10. Oh, ein ausgezeichneter Bogen. 11 bis 21. Dann bekommst du den Spezial. Fügt der damit verbundenen Fertigkeit eine Stufe als Bonus hin zu Rüstung. Fügt der Rüstungsfertigkeit eine Fertigkeit als Bogen zu. Das hört sich echt gut an. So. Dann hast du auf jeden Fall Fernkampf einen guten Bogen. Ähm, unser Dings bekommt nur... Ja, du hast kein besonders gutes Ding. 5 bis 9, das passt. Dann schauen wir mal, was mit euch ist. Ihr werdet auf jeden Fall auf Experte kommen. Dann solltest du auf jeden Fall... Warte mal, 4 bis 8. 5 bis 9 ist auf jeden Fall besser. Und du hast noch gar keinen. 9 bis 19. Dann bekommst du... den Kavallarie-Bogen. Und du bekommst noch diesen Komplex-Bogen. So. Jetzt sind alle auf jeden Fall... 4 bis 8, ja. Jetzt sind auf jeden Fall alle eingedeckt. Das ist doch schon mal gar nicht mal schlecht. Dann haben wir noch den Elite-Dolch. Brauchen wir nicht. Der Zwergenhammer. 5 bis 14. Normal. Sehr schwer. 5 bis 14. Ja, das ist dasselbe, was du hast. Äh, du hast ja eigentlich auch eine Hiebwaffe. Eigentlich könntest du auch den Dings dann nehmen. 4 bis 10. Eigentlich könntest du dann auch, äh, das 5 bis 14 nehmen. Ein Hammer. Ist zwar komisch, aber, äh, ja. Ein, ähm, Magier mit Hammer. Da fand ich die Auflistung in den anderen Teilen, wo es ein Hammer, äh, Sperrwaffe, Klinge, Stabwaffe und so weiter gab. Das war doch ein bisschen besser. Na gut, jetzt haben wir halt einen Hammer. Okay, was haben wir denn sonst noch? Das da kann auch nicht weg. Der Zwergenhammer. 5 bis 14. Das ist dasselbe, was die zwei haben. Brauchen wir nicht. Die Kampfachs. 6 bis 10. Klinge. Äh, nö. Kampfachs ist Hühnen. Äh, 7 bis 11. Ist aber auch eine Klinge. Ungewöhnlich, aber egal. Waffe werft das Ziel, äh, 2D 5 Fuß zurück und fügt zu. Zusätzlich 2D 4 Schaden hinzu. Ja, aber wenn das zurückgeworfen wird, dann ist es wieder außerhalb unserer Reichweite. Wenn er versteht, was ich meine. Also die hat 5 bis 11. Ja, wir würden definitiv ein bisschen mehr Schaden machen. Haben bessere Qualität. Bevor das Ding kaputt geht. Wahrscheinlich, ähm, ja machen wir auch nochmal zusätzlich wegen dem Spezialding weg. Aber das Zurückwerfen, das gefällt mir halt gerade nicht so. Da haben wir einen Speer mit 3 bis 11. Und das hier. Ne, ich glaube, das können wir verkaufen. Da bleiben wir bei der Helle Bade mit 4 bis 19, denke ich. Okay. Dann verkaufen wir das ganze Zeug hier mal. Eisenring weg. Lichtmagie weg. Oh, ich glaube, da machen wir jetzt ganz gut Geld hier. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Den magischen Trank behalten wir natürlich. Aber das kommt mal weg. Ja, 6600. Das ist gar nicht mal so schlecht. Den magischen Trank kriegst du. Und du kriegst einen Wunden heilen. So. Sehr schön. Dann gibt es hier sowas wie Dunkelmagie vielleicht. Dass unsere Magier noch Dunkelmagie lernen können. Dunkelmagie, ja. 90. Halt. Äh. 86. Ja, das holen wir mal. Wäre für dich, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Dunkelmagie. Ich meine, Dunkelmagie wird beide nur auf Experten können. Aber vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, wenn sie auf jeden Fall das könnten. Dunkelmagie gibt es sonst nichts. Geistige Magie haben wir. Waffe, Kunde haben wir. Ausweichen brauchen wir nicht. Elementar-Magie haben sie alle. Schildkunde, das braucht man nicht. Identifizierung haben wir. Handel haben wir. Wurfwaffen haben wir noch nicht. Das wäre höchstens was für dich vielleicht. Weiß ich aber noch nicht genau, wie das genau funktioniert. Waffenkunde, Wurfkunde. Nee, das war's. Mehr können wir gar nicht hier groß lernen. So, dann lernst du mal bitte die dunkle Magie. Und da hat man... Ja, dann könntest du auf jeden Fall mal Gift schon mal lernen. Normal und Dings. Das wäre schon nicht verkehrt. Dunkel-Experte. Das werden wir auch noch lernen. Also dunkel können wir auf jeden Fall auf Experte werden. Dann könnten wir auch noch Lähmen lernen. Licht und Elementar. Licht Elementar. Elementar und Geistig. Wurfwaffen. Ja, okay. Ich würde sagen, das passt soweit. Wappala. Dann sollten wir vielleicht beim Jarl mal vorbeigehen. Da bin ich jetzt mal gespannt, was das gibt. Wenn wir die Quest abgeben hier. Äh, wo war's denn? Hier war's. Soll man das noch machen? Ist da was? Das machen wir noch schnell. Seid gegrüßt, Abenteurer. Was kann ich... Äh, Borg Ansgram ist gesäubert. Wirklich? Eine großartige Nachricht. Ich wusste, ihr enttäuscht mich nicht. Hier habt ihr eine Belohnung für eure Mühe. Okay. Sehr schön. Das werden wir in Lernpunkte verteilen. Seid gegrüßt, Abenteurer. Was kann ich... Wir arbeiten noch dran. Äh, das haben wir gerade gemacht. Aber das da fehlt uns noch. Ja, okay. Das fehlt uns noch. Bedauerlicherweise. So, dann würde ich sagen, gehen wir noch schnell mal beim Trainer vorbei. Und schauen, dass wir jeder nochmal ein Level bekommen. Und dann schauen wir mal, ähm, wie viel Geld uns noch davon übrig bleibt. Ob wir da vielleicht noch Ausrüstungsgegenstände kaufen können. Sucht ihr Ausbildung? Ja. Ja. Ach, warte mal. 230, 240. Ich hab 2000 gelesen. Okay, das ist ja um einiges einfacher. Ach, ich weiß. Ich glaub, ich hab das noch von da gelesen. Wir brauchen 4000 mehr Erfahrung. Das war 2000 mehr Erfahrung, nicht 2000 Gold. Okay. Okay, 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 okay. Mann, oh Mann. Äh, das war Blödsinn von mir. Das war sowas von Blödsinn von mir. Okay. Dann, was lernst du denn Schönes jetzt? Äh, ich würd sagen, lernen auf vier. Äh, Wahrnehmung würde ich ganz gerne hochmachen. Und Falle entschärfen würde ich eigentlich auch ganz gerne mal hochmachen, dass wir das alles auf Experte kriegen. Irgendwann mal. Das sind die Sachen, die relativ wichtig sind, meiner Meinung nach. Und als nächstes, wenn wir das dann, wenn wir Falle entschärfen auf vier haben und die Wahrnehmung auf vier, dann geht's vielleicht mal auf Rüstung oder Klinge. So, hätte ich jedenfalls gesagt gehabt, dass wir das machen. So, bei dir. Hm. Rüstung auf vier auf jeden Fall. Dann können wir Rüstung steigern. Dann hat man das hier irgendwo. Rüstung steigern auf Experte. Ich weiß es gar nicht. Äh, Speerbogen. Bogen kannst du auf jeden Fall auf Experte machen. Dann sollte man dich vielleicht... Ach, da hast du so wenig eigentlich zu lernen. Ja, Speerhammer auf jeden Fall. Äh, Rüstunghammer auf jeden Fall. Das Hammer. Hab ich da noch sonst irgendwas? Ja, das ist auf jeden Fall noch... Äh, so viel haben wir tatsächlich bei dir gar nicht zu lernen. Also, da können wir sehr, sehr viel auf, äh, Sachen machen, um unser Zeug hochzukriegen. Dann... Bogen oder Waffenkunde? Wird halt zum Schadensbonus aller Nahkampfwaffen gemacht. Also... Ah, dann machst du halt, ähm... Ja, wisst ihr was? Wir schauen, dass wir Waffenkunde vielleicht auf vier hochkriegen. So, bei dir. Elementar auf vier. Und dann sollten wir... Äh... Gegenstand identifizieren auf vier hochkriegen. Das wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Bei dir... Hätte ich auf jeden Fall geistig gerne hochgekriegt. Und ich glaube sogar... Ah, Meditation, aber... Ja, das bringt erst groß was, wenn wir es auf Experte bringen können. Dann machen wir noch Reparieren. Dann versuchen wir mal Reparieren hochzukriegen, damit wir nicht solche Sachen haben, dass wir im Dungeon sind und das Zeug nicht repariert können. Dass wir versuchen, da das zu machen und danach Licht auf vier hochkriegen. Ich glaube, so ist es vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Okay, dann könnten wir noch nach neuen Ausrüstungsgegenständen schauen. Äh, Fertigkeiten haben wir ja geschaut. Vielleicht könnten wir auch noch mal bei Heilzauber schauen oder sowas. Ob es da was gibt. Ähm... Wir schauen auf jeden Fall mal bei Rüstungen rein. Das müsste hier sein. Schauen wir mal ganz kurz. Ich habe schöne Rüstungsgegenstände. Was hast du denn? Lederhandschuhe. Zwei Lederhandschuhe. Müsste mal schauen. Stahlplattenhandschuhe mit fünf. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Nochmal Lederhandschuhe. Dann schauen wir mal erstmal Handschuhe. Die Stahlplattenhandschuhe hätte ich ganz gerne, glaube ich. Das gebe ich mal hier her. Die kriegst dann du, denke ich. So. Gut. Du hast Handschuhe an. Du hast Handschuhe an. Du hast Handschuhe an. Du hast noch keine Handschuhe. Wir haben hier bei dir fünf. Da haben wir fünf. Und da haben wir, glaube ich, genau dasselbe mit fünf. Bei dir fehlt es noch. Gürtel, Gürtel. Zwei Gürtel noch. Ja, dann schauen wir mal. Ich habe schöne Rüstungsgegenstände. Dann wollen wir auf jeden Fall nochmal Handschuhe haben. Was anderes gab es ja nicht. Gut. Dann die Schädelkappe. Dann bräuchtest du vielleicht noch so eine Panzerdupple vielleicht. Mach da auch wieder fünf drauf. Es ist acht. Wenn ich den Dublet, ist dieser Panzer dicker, stärker und wird oft ohne zusätzliche Rüstung getragen. Hört sich eigentlich auch nicht schlecht an. Was kostet denn das Ding? 1.100. Ja, okay. Holen wir uns auch mal. Und rüsten das aus. Schade, dass man es nicht richtig sehen kann. Dann, du hast 14. Dann kriegst du erst mal dieses Teil hier. Äh, kann man das eigentlich? Ne, das ist Amulett, glaube ich. Das ist Gürtel. Das ist die zweite. Ja, ne, das geht nicht. Und dann kriegst du auf jeden Fall das hier mal. Dann bist du auf jeden Fall auch gut gerüstet. Mit 16 sogar. Bist du schon am besten gerüstet von allen. Du brauchst noch die Lederhandschuhe. Du bräuchtest dann auf jeden Fall noch einen Gürtel. Okay, dann weiter mal schauen. Ich habe schöne Rüstungsgegenstände. Ist schade, dass man das hier nicht so richtig sehen kann. Was du, glaube ich, gerade trägst. Sondern nur das Inventar. Was hat man da? Ein Hartleder. Könnten wir uns auch holen. Eine Schädelkappe. Soldatengürtel. Könnten wir uns auf jeden Fall noch holen. Was kostet der? 809. Ja, holen wir uns. Äh, Stiefel und Dings. Das muss ich auch noch mal schauen. Hat noch, gibt es noch mal ein Rüstungsgegenstände? Nee, gibt es leider nicht. Okay. Dann siehst du noch das hier an. Oh, 20. Das ist schon mal richtig, richtig gut. Also jetzt funktioniert das richtig gut. Ähm, ja. Ich würde sagen, in der Pause schaue ich noch mal nach, was wir alles haben. Vielleicht muss ich das auch mal, ich glaube, ich muss das mir mal notieren, dass ich so einen Sättel mache, wie ich es öfters mal mache, wo ich drauf schreibe, äh, Panzer mit Rüstungsklasse 5 und so weiter, damit ich weiß, was ich jetzt kaufen könnte. Weil sonst weiß ich nicht, was habe ich denn da an? Bringt das was, das jetzt zu kaufen oder nicht? Ich glaube, das macht auf jeden Fall Sinn, das zu machen. Okay. Aber das werde ich mal in der Pause machen. Und dann schaue ich vielleicht in der Pause noch mal, also ich kaufe es nicht, aber ich schaue mal in der Pause, ob der noch was hat. Helme, ähm, Schuhe, äh, andere Rüstungen. Und was uns vielleicht noch was bringen könnte, dann sieht die ganze Sache schon um einiges, einiges besser aus, glaube ich. Okay. Bis dahin. Macht's mal gut. Und tschüss.